Im Laufe der Zeit gibt es immer wieder wichtige Momente, die einem in Erinnerung bleiben. Geburten zum Beispiel, die man ja auch regelmäßig feiert. Aber auch der erste Arbeitstag oder der Moment, in dem man seinen Partner das erste Mal geküsst hat, sind für viele Menschen ganz besonders. Derartige besondere Daten gibt es aber nicht nur im persönlichen Leben, sondern natürlich auch in der Geschichte der Menschheit und selbstverständlich auch einzelner Länder. Was die deutsche Geschichte angeht, so sticht ein Tag ganz besonders hervor. Der 9. November. Der 9. November ist deshalb ein so besonderes Datum, weil an diesem Tag gleich mehrere entscheidende Dinge geschehen sind, die in der deutschen Geschichte Großes bewirkt haben. Dieser Tag wird darum auch Schicksalstag genannt. 1918 zum Beispiel wurde an diesem Tag der Grundstein für die Weimarer Republik gelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt regierten in Deutschland Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft diese Macht verliehen bekamen. Dabei handelte es sich um Adlige. Eine derartige Staatsform nennt man Monarchie. Am 9. November 1918 wurde diese Monarchie abgeschafft und die erste deutsche Republik ausgerufen. Zum ersten Mal gab es in Deutschland also eine demokratische Staatsform. Die Bürger durften wählen, wer das Sagen hatte. Grund für diese Änderung war der Erste Weltkrieg, der langsam zu Ende ging und den Deutschland verlor. Die Menschen waren sehr empört darüber, dass ihr Kaiserreich scheinbar so schlecht war, dass im ganzen Land protestiert und demonstriert wurde. Diese Proteste sind heute als November-Revolution bekannt. Die Ausrufung einer Republik hatte allerdings zunächst einen Bürgerkrieg zur Folge, da die bisherigen Herrscher nicht damit einverstanden waren, plötzlich keine Macht mehr zu haben. Darum wurde die Weimarer Republik letztlich erst im August 1919 offiziell festgelegt. Die Weimarer Republik bestand bis 1933. Dann wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und es begann eine Diktatur. Das geschah zwar nicht am 9. November, zehn Jahre zuvor, also 1923, war der 9. November aber wiederum von großer Bedeutung. Vor allem für Adolf Hitler. Damals wollte er nämlich die Regierung stürzen. Das nennt man einen Putsch. Das damalige Ereignis ist darum auch als Hitler-Putsch bekannt. Er versuchte, gemeinsam mit einigen anderen sogenannten Putschisten, in München Anhänger zu finden, die bereit waren, die Regierung in Berlin zu stürzen und eine Diktatur auszurufen. Anschließend machten sie sich zu Fuß auf den Weg nach Berlin. Weit kamen sie aber nicht, denn noch in München kam es zum Ende des Putschversuchs. Adolf Hitler konnte zwar zunächst fliehen, wurde jedoch kurz darauf verhaftet und kam ins Gefängnis. 1933 wurde er dann aber doch zum Reichskanzler ernannt und damit begann in Deutschland eine Diktatur, also eine Staatsform, bei der im Grunde nur eine Person oder eine einzige Gruppe die Macht hat. Am 9. November 1938 ereignete sich dann wieder ein Zwischenfall, der einen Wendepunkt in der Geschichte markiert. Bis zu diesem Tag wurden Juden in Deutschland vor allem ausgegrenzt und diskriminiert. In der Nacht zum 10. November 1938 wurden jedoch in ganz Deutschland jüdische Geschäfte, Friedhöfe und Synagogen zerstört und in den folgenden Tagen etliche Juden ermordet. Dies war der Beginn der Judenverfolgung, bei der über 5 Millionen Juden starben. Die Nacht vom 9. auf den 10. November ist seither auch als Reichspogromnacht bekannt. Von 1938 machen wir nun einen großen Sprung nach 1989. Auch hier ist der 9. November wieder von ganz besonderer Bedeutung. Damals war Deutschland nämlich in Ost- und Westdeutschland geteilt. Das war die Folge des Zweiten Weltkriegs, den Deutschland auch verlor. Der östliche Teil wurde damals von der Sowjetunion geleitet, die durch die Errichtung einer Mauer den Osten vom Westen abschottete. Das war 1961. Nicht am 9. November. Viele Menschen, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, waren mit dieser Teilung nicht einverstanden und demonstrierten meist friedlich gegen die Teilung. Doch erst 1989, am 9. November, hatten sie Erfolg. Die Regierungschefs beschlossen, die Grenzübergänge zu öffnen, sodass jeder ohne Grund von Ost nach West und von West nach Ost konnte. Dieser Beschluss wurde damals live im Fernsehen und Radio übertragen, sodass viele Menschen zeitgleich zu der Grenze strömten, um sich zu vergewissern, dass sie tatsächlich auf die andere Seite gehen konnten. Gerade der 9. November 1989 ist für das heutige Deutschland von großer Bedeutung und sollte darum auch zu einem Feiertag ernannt werden. Dies hat man jedoch aus Rücksicht vor anderen Ereignissen an diesem Tag, vor allem der Reichspogromnacht, nicht getan. Darum gilt auch der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit. 1990 wurden nämlich an diesem Tag die Verträge unterzeichnet, die aus Ost- und Westdeutschland wieder ein Land machten, die Bundesrepublik Deutschland.